Die EU-Kommission hat die Überprüfung der Sommerzeit gestartet. Jetzt haben Bürger aus der ganzen EU die Gelegenheit, die Sommerzeit zu beurteilen und gegebenenfalls abzulehnen. Wir hatten ja schon über die Sinnlosigkeit und die verrückten Umstände berichtet, die zur Einführung geführt hatten. Heute übrigens Clixoom Science & Fiction aus dem Bett. Mir geht's nur so semi. Also herzlich willkommen! Ihr, du, wir zusammen können etwas ändern. Gerade haben wir es ja bei der Neuregelung des Urheberrechts in der EU gezeigt. Und ihr hier bei Clixoom habt mit eurem Protest demonstriert, dass ihr nicht alles mit euch machen lasst. Die Upload-Filter sind jetzt erstmal vom Tisch und wenn das Gesetz dann im September neu beraten wird, dann dürfte es erhebliche Veränderungen geben. Vielen Dank dafür an euch, ihr seid mit dafür verantwortlich. Und jetzt geht's um die Sommerzeit und die könnt ihr auch abschaffen. Die Sommerzeit ist nämlich sinnlos. Das erste Mal wurde sie ja von Deutschland und Österreich-Ungarn während des ersten Weltkrieges eingeführt, weil man sich dadurch Energieeinsparungen versprach. Mit der eingesparten Energie, damals wurden Städte noch mit Gas beleuchtet, Strom mit Kohle hergestellt, wollte man diese Rohstoffe für das Militär einsparen. Doch, dass man durch das Ausnutzen der hellen Morgenstunden mehr Energie einspart, ist mehr als umstritten. Im Gegenteil, alle bekannten Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass der Minderverbrauch zu vernachlässigen ist. Das Ergebnis war meistens, dass zwar weniger künstliche Beleuchtung benötigt wird, aber mehr geheizt wird. 2005 fasste die Bundesregierung diese Erkenntnisse nochmal in eine Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion zusammen. Und heute dürften die Auswirkungen sogar umgekehrt sein. Dadurch, dass die Beleuchtung deutlich weniger Energie verbraucht als noch vor zehn Jahren, dürfte der Effekt inzwischen umgekehrt sein. Wir dürften also durch das verstärkte Heizen mehr Energie verbrauchen. Aber darüber gibt es keinerlei Erkenntnisse. Oh Mann! Doch die Energieeinsparungen sind heute gar nicht mal mehr der Grund für die Einführung der Sommerzeit. Jetzt kommt nämlich das Verrückte. Der eigentliche Grund ist die Harmonisierung der Zeit in Europa, um den Handel zu erleichtern. So steht es explizit in der Stellungnahme der Bundesregierung. Also, wie bitte, nochmal ganz langsam. Die Sommerzeit gibt es, weil sie andere mal eingeführt haben, vollkommen ohne Grund. Und wir uns jetzt in Europa nach diesen Ländern richten, obwohl es gar keinen Sinn macht. Mhm. Und dabei sind die gesundheitlichen Folgen noch nicht berücksichtigt. Viele Menschen beklagen Schlafstörungen, Schlappheit. Und eine schwedische Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass in den Tagen nach der Zeitumstellung mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden. Und genau deshalb macht die EU-Kommission jetzt dazu eine Umfrage. Hier bei WhatsApp habe ich euch ja dazu befragt und das Ergebnis war eindeutig. Von 4.234 Befragten stimmten 78,9 Prozent dagegen, eine überwältigende Mehrheit. Es sieht also schlecht aus für die Sommerzeit und das ist auch gut so. In der Befragung können die Bürger zudem entscheiden, ob sie eine ständige Winter- oder eine ständige Sommerzeit wollen. Ihr könnt jetzt also wieder die Politik mitbestimmen. Legt los! Der Link zur Befragung ist in der Videobeschreibung oder ihr bekommt ihn per WhatsApp, womit wir beim Thema wären. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video. Täglich garantiert einfach hier draufklicken. Und am besten auch meinen Schwester-Kanal. Klick zum Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt. Da ist auch der Link hier und nicht die Glocke vergessen, natürlich im Moment nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit auch irgendwo da wird die Sommerzeit abgeschafft, also draufklicken, wenn ihr es sehen wollt. Bis dann! Bleibt dran!